Wir haben noch eine Stunde, deswegen wird wenig geredet und viel Musik gemacht. Danke für Ihr Verständnis. Alle Kraftausdrücke die letzten 25 Jahre. Meine Tätigkeit als Pädagoge sind im Internet nachzuwählen. Und den Tag ist nicht vergessen. Den Tag, wie ich schreibe. Zum Töten, zum Hosen. Zum Fressen, zum Kleinen. Und so müde Moment ganz nur unten in die Zeit. Du schlägst mit den Fäusten, die langweilen breit. So weh, wie es mir geht. So weh, wie es mir geht. Die ganzen Gefühle, so weit rechts man ihn steht. So weh, wie es aufschnittst. Genau mit. Wir sind das letzte Oman, verliebt und leuer, zwei begleiteten Lohn, mit viel Potenzial, zwei Manners, vergabte Schlimm, reise und wird älter, auf dem Weg ins Fall. Wir stehen an jeder Laterne, am Archen des Dich, sonst hätte man veröffentlichen, so die Menschen mit, dauert nicht mehr so lange, dann schlägt hier irgendwas ein, wenn ich die Gesternzeit, fallt herein. Wir sind das letzte Oman, verliebt und leuer, zwei begleiteten Lohn, mit viel Potenzial, zwei Manners, vergabte Schlimm, reise und wird älter, auf dem Weg ins Fall. Wir sind das letzte Oman, verliebt und leuert, auf dem Weg ins Fall. Wir sind das letzte Oman, verliebt und leuert, auf dem Weg ins Fall. Wir sind das letzte Oman, verliebt und leuert, drei begleiteten Lohn, mit viel Potenzial, drei Manners und Trangler, vergabte Schlimm, reise und wird älter, auf dem Weg ins Paradies. Deine Haut riecht nach Heimann und der Rest riecht nach Tier, doch nur eine Minute weiter von hier frisst uns der Morgen, den letzten Moment, denn außer uns beiden nur die Zeit nur bergen. Wir sind das letzte Oman.